... Und los geht's mit den Staffeln. 800 Meter, damit geht's los. Christopher Wenzel für die BD Gießen, danach den Felix Lugner für Augsburg. Von der Deutschen Sportforschung läuft Sebastian Wehrhorst und Ernie Krupp für Karlsruhe. Hier ist das Güsse. Hier bekommt man es in deinen Pfeilen nicht essen. Schöner großer Vorsprung. Ich muss damit sehen, dass wir hoffentlich haben, dass wir alle gestehen. Und dass wir die BD Gießen haben, dass wir zum Kommissar haben. Und jetzt wird die Abdeckung. Sehr schön. Und jetzt wird die Abdeckung. Ich schenke jetzt an Marcel Kahnis. Für Köln läuft Dennis Hohmann. Wir haben damals am ersten Weg für die Uni Altruhe. Altruhe, der Altruhe von Korn. Jetzt jeweils 200 Meter. Niklas von Wäschberg, der Altruhe von Köln, der Altruhe von Köln, der Altruhe von Köln, der Altruhe von Köln und der Altruhe von Köln. Für Köln ist Nikolaj Schütze unterwegs, liegt hier vorne. Und jetzt auf die letzte Runde. Dahinter Köln. Michael Richard läuft. Komm, Michael. Komm, 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 komm. Für Karlsruhe Marcel Heidnau und Augsburg mit Sebastian Marlöthi. Die letzten Meter auf dem Weg zum Deutschen Hochschulmeister. Und wir haben gestattet mit Medavini Gießen. Die Deutsche Sportschule Köln ist gleich im Ziel. Die letzte Laufentscheidung hier heute. Jetzt haben wir gleich noch zwei Siegerehrungen. Die Staffel der Frauen, damit fangen wir gleich an. Und dann noch die Staffel der Männer. Jungs, seid ihr zufrieden? Ja. Toll, toll. Foto muss ich jetzt auch noch machen, ja?